Morgen, ja heute ist 10. Mai 2018 der Fahrertag und der Fahrer gönnt sich mal wieder so vier tägige Tour. Ja wie gewohnt startet vom Nürnberg oder Stadtgrenze Nürnberg fährt und befinde mich jetzt kurz vor der Zindorf an der Rednitzgrund und ich fahre ein Stückchen den Bibertalradweg entlang bis Rottemurg ob der Tauber. Ja und ab morgen fahre ich dann den Klassiker, den Taubertal. Bis Wertheim und ja dann fahre ich den Main entlang, also Fluss aufwärts. Habe ich zwei, drei Optionen, entweder die romantische Straße rüber auf Würzburg oder den Fluss aufwärts, also den Main Richtung Gemünden. Mal sehen was sich so ergibt. Ja dann werde ich sagen fahren wir mal los. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also Zindorf, Leichendorf habe ich jetzt hinter mir und in Und ein paar hundert Meter kommt der Ammendorf. Hier verlasse ich den Bibertalradweg und wechsle auf den Markgrafenradweg, bloß auch noch ein Stückchen. Und dann werde ich parallel vom Bibertalradweg fahren, weil ich finde, dieser Tal finde ich schöner als der Bibertalradweg. Ich treffe dann beim Flachslanden oder im Flachslanden wieder an dem Bibertalradweg. Ja, finde ich einfach, dieser Tal ist schöner als hier im Bibertal. Weil ich kenne halb Bibertal, das ist halt hier bei uns in der Gegend. Bis zum nächsten Mal. 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 Zum nächsten Mal. also ich finde es hier im tal viel schöner als der abschnitt bis flachslanden flachslanden der biebertal radweg ja weil ich treffe wieder der biebertal radweg im flachslanden deswegen habe ich mir die strecke ausgesucht hier schöne aber jetzt geht es leicht berg hinauf jetzt fängt es an mit den steigungen aber das werden wir schon hinkriegen 50 km mache ich mal bäuschen kleine stärkung weil jetzt fängt es mit der steigungen an also jetzt geht es ziemlich hoch oder rauf halt bis zu rotenburg so flachslanden ist erreicht ja der nächste zink rote muren auf der talber so 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 aber von einmal auf den gegenwind aber volle kanne aber es geht es geht so 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 Also hier in Burghausen verlasse ich jetzt den Bibertalradweg und jetzt fahre ich ein Stückchen und dann irgendwann im Roten Burg komme ich auf den Taubertal, der Klassiker. Musik Und wie gesagt, jetzt folge ich den Altmültalradweg bis Rotenburg. Und da fließt er weiter. Und hier ist der Highway Star. Musik So, jetzt muss die Qualle durch den Wald fahren. So läuft der Radweg. Musik 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 Hallo! Musik 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 Die ersten 20 Kilometer waren schön flach, aber danach ging es stetig bergauf. In der Nähe der Nähe der Höhe nachdeckung schauen, dass alle die den Fee von der Höhe nachdenken und die Däume vertrenen konnte. Die Däume fokzen vor 20開at. Die Däume vertreten sich auf eine Nullstelle an den Statsen zu flach. Lassen Sie uns mit einem Statsen vertreten. so rotenburg habe ich jetzt auch hinter mir und ich suche mir jetzt der campingplatz der darf nicht weit sein 235 kilometer so was gefahrene strecke 82 83 kilometer es lang für heute und morgen kann ich gemütlich den taubertal starten so jetzt mache ich mir was zum essen und habe super nachbarn die zwei ältere herrschaften aus holland die sind in der stadt was essen gegangen und ich gucke mir meine nudeln halt wie immer und den campingplatz kann ich richtig empfehlen der liegt hier genau an der taubertalradweg und ja ich bin im rotenburg ca 80 kilometer von nürnberg entfernt und was trinke ich tue in dem bürger stoff muss ich jetzt festhalten da von drüben der nachbar ist gekommen mit dem regenschirm hat er gemeint weil es tröpfelt ein bisschen hat man das jetzt ja hat gemeint ja dass ich in der ruhe kochen kann und essen kann er hat mir den regenschirm vorbeigebracht wie nett ne kurz vor neun 21 uhr ja morgen früh sehen wir uns wieder gute nach